Dann mal schauen. Ich habe hier mein uraltes Netbook, das ich gespendet oder gestiftet oder einfach nur geschenkt bekam. Das ist von 2009 und sehr langsam eigentlich, aber naja, mit Windows XP immer noch sehr gut verwendbar. Und ich zeige heute ganz spontan aus liegender Position heraus, was mir so für Kleinigkeiten auffallen bei einer HTML-Datei, was man da verbessern kann. Den HTML-Text, aber auch an der deutschen Sprache. Ich habe das hier mal geöffnet. Das ist jetzt nur so eine Beispieldatei, wie man sie finden könnte im Internet irgendwo. Mit dem Quelltext dazu, aber am besten kann man sich diesen Quelltext natürlich in einer IDE angucken, in einem für HTML spezialisierten Editor. Und ich benutze hier das Paket Microsoft Expression Web 4. Das ist der Nachfolger von Microsoft Frontpage und angelehnt an Visual Studio. Also das ist jetzt das, was man am nächsten zu... Wobei Visual Studio selbst kann man wahrscheinlich auch installieren auf XP. Aber das ist jetzt hier eine einfache Alternative zu Visual Studio Code, welches ich natürlich sonst immer verwenden würde, aber das habe ich auf Windows XP nicht zum Laufen bekommen. Das Programm hat ganz nette Funktionen, um HTML zu bearbeiten. Die gibt es aber auch bei Visual Studio Code. Nämlich kann man hier die Entwurfsansicht sich auswählen. Und da kann man dann direkt sehen, wie das am Ende aussieht. Man kann sich das geteilt anzeigen lassen. Dann kann man Dinge anklicken und sieht dann gleich im Quelltext, wo man da gerade ist. Ist aber eigentlich nur spielerei. Ich benutze nur die Code-Ansicht eigentlich. Ja, und dann gucke ich einfach mal durch. Wir haben jetzt nur zwei Dateien als Beispiel. Das heißt also, die weiterführenden Links, die ich jetzt hier als Beispiel reingetan habe, das sind jetzt keine Dateien, die es hier gibt. Ich habe nur die Datei pro HTML und style.std.css. Ja, so wie man jetzt naiv das machen könnte. Ja, dann gucke ich mal nach Fehlern, die mir auffallen oder die selbst diesem Programm schon aufgefallen sind. Was springt einem natürlich als allererstes ins Auge? Der Tag-Docktype ist nicht zulässig. Das hat nämlich den Hintergrund. Normalerweise beginnen standardkonforme XML-Dokumente. Und HTML ist ein Substandard von XML mit dieser Doctype-Anweisung am Anfang. Jedoch wurde hier ein entscheidendes Zeichen vergessen. Und das ist... Mal sehen, ob ich es im Dunkeln finde. Ja. Das Ausrufezeichen. Das ist nämlich ein Sonder-Tag. Das ist kein normales XML-Tag. Kein normaler XML-Tag. Sondern eine besondere Anweisung an den Interpreter. Deswegen fängt das hier mit Ausrufezeichen an. Des Weiteren sehe ich, dass alle anderen XML-Tags bzw. Anweisungen alle kleingeschrieben sind. Also sehe ich kein Problem dabei, auch das hier klein zu schreiben. So. Dann fällt mir als nächstes Detail ein, dass es jetzt für sehr viele Menschen gar kein Fehler ist. Sondern genau richtig. Für mich ist das ein Fehler. Es werden hier keine Tabulatoren zur Einrückung benutzt, sondern vier Leerzeichen. Das stört mich empfindlich. Und deswegen ersetze ich natürlich das Ganze. Indem ich sage, 1, 2, 3, 4 und ein Tab-Zeichen. So. Ich möchte allen geöffneten Seiten, weil in der anderen Datei wahrscheinlich auch solche Leerzeichenverbrechen drin sind. Ja. Gut. Mal sehen. Alle ersetzen. Gut. Irgendwas mit der Datei? Wurde das jetzt hier auch ersetzt? Nee. Na, das hat's ja gebracht. Naja. Gut. Muss ich das halt nochmal machen. Wurde sich auch nicht gemerkt. Ja. Es wurden keine Vorkommen gefunden. Was ist das denn für ein Scheiß? Ach so. Doch. Ist schon ersetzt worden. Wohl etwas verzögert. Oder im Moment mal. Ah, das ist ja sogar noch schlimmer. Da haben wir ein Tabulatorzeichen mit zwei Leerzeichen davor. Nein, bitte nicht. Das tut ja weh. Das tut ja in den Augen. Naja, man sieht's ja nicht. Aber das tut ja weh. Dann ist das ja doch ganz gut, dass ich mir das ja angeguckt hab. Gut. Das soll ersetzt werden durch nichts. Jetzt ist das so, wie es sein soll. Jetzt haben wir hier nur ein Tabulatorzeichen. Und hier auch. Hier auch. Gut. Ich hab das natürlich sehr realistisch gemacht. Ich will nämlich darauf hinweisen, dass sehr viele Anfänger das mit den unsichtbaren Zeichen nicht so gut hinkriegen. Man sieht's ja nicht. Oft findet man dann auch hier versteckt ein paar Leerzeichen hinten noch dran. Ja. Aber nicht, wenn einer wie ich darüber guckt, dann findet man sowas nicht mehr danach. Gut. Dann ist diese Datei schon mal bereinigt, zumindest was die Einrückung angeht. Ähm, hier wahrscheinlich auch. Gut. Ich kann mir auch gut vorstellen, wie das da reingekommen ist. Wahrscheinlich hat der Mensch, der das dann vielleicht gemacht hätte, hätte dann vielleicht ein CSS-Text aus dieser Datei, wenn hier mit Tab eingerückt wurde, rauskopiert und in diese Datei reinkopiert. So hätte das auch entstehen können. Weil eigentlich normalerweise eine einigermaßen vernünftige Idee, wie Visual Studio Code oder sowas, die erkennt schon, welche Art von Einrückung verwendet wurde. Wenn also in einer Datei Tabs verwendet werden, dann wird auch automatisch die Einrückung mit Tabs gemacht oder andersrum. Ja gut. Also ist das schon mal hier erledigt. Dann, ähm, wie eine HTML-Datei aufgebaut ist, müsste eigentlich jeder wissen. Die grobe Struktur, das werde ich jetzt nicht nochmal erklären. Dann gucke ich mal rein in den Hat-Bereich. Was haben wir denn hier? Ein Titel programmieren. Das ist erstmal ein guter Titel. Da habe ich es nicht dran einzuwenden. Ähm, die Style-Sheet ist verlinkt. Auch das ist in Ordnung. Wer das jetzt auf einer richtigen Internetseite, auf einem richtigen Server würde, das jetzt würde ich schon empfehlen, hier eine absolute Adresse anzugeben. Aber da das nur eine Datei in meinem Zerlegungsordner drin ist hier, ist das völlig in Ordnung so. Also, ja, Meta-Shar-Set-UTF-8, das ist wichtig, da die Datei hier in UTF-8 codiert ist, würde man das weglassen, während Zeichen wie LÖ-Ü-SZ falsch dargestellt. Weil normalerweise ANSI oder ASCII, je nachdem, ob man mit Microsoft arbeitet oder außerhalb von Microsoft arbeitet, das interpretiert werden würde. Und das sind Codierungen, die sind bei den meisten Zeichen wie diese hier identisch, aber sobald es dann zu Umlauten und solchen Zeichen kommt, weichen die dann voneinander ab und dann kommt dann was anderes raus, was nicht rauskommen sollte. Gut, hier haben wir ein Style-Objekt mit CSS-Style drin, was mir erstmal ins Auge springt, ich möchte jetzt gleich mal hier ansetzen und das nicht überspringen, sind die ganzen redundanten Schriftarten-Angaben. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier Helvetica New, Helvetica Areals and Serif. Das an sich ist natürlich richtig, das ist eine Folge, das heißt, wenn es die erste Schriftart nicht gibt, dann wird die zweite genommen und so weiter. Wenn es die zweite nicht gibt, wird die dritte genommen. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine damit, dass wir die gleichen Schriftarten-Angaben hier haben, hier haben und hier nochmal haben. Und, das habe ich eben gesehen, hier sogar auch nochmal haben. Und das ist schlimm, 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 deswegen nehme ich das jetzt mal weg, denn wir haben ja schon an der Stelle hier oben für den ganzen Body, also für das gesamte Dokument, haben wir bereits diese Schriftart hier festgelegt. Deswegen können wir an allen anderen Stellen schon mal bedenkenlos, ohne großartig zu wissen, jetzt wo was verwendet wird, das rauslöschen. Denn ich weiß, dass es in diesem Projekt hier keine anderen Schriftarten-Angaben gibt, deswegen kann man das bedenkenlos streichern an der Stelle. Da haben wir schon mal viele Zeichen gespart und vor allen Dingen auch viel Renondanz gespart, was natürlich nicht gut ist, denn wollten wir jetzt die Schriftart verändern später, würden wir uns jetzt entscheiden, eine andere Schriftart zu benutzen, müssen wir jetzt nur diese eine Zeile hier verändern und in dem anderen Fall hätte man bei jeder einzelnen Klasse, bei jeder einzelnen Angabe das verändern müssen. Ja, welches Detail springt mir als nächstes ins Auge, dass wir hier bei der Schriftgröße nur eine Zahl haben. Ja, das wird schon hier richtig gewarnt. Man sollte Schriftarten, wenn sie in Pixeln angegeben sind, davon gehe ich jetzt mal aus. Wobei ich mal gucken möchte, da muss ich jetzt passen, ob das jetzt eine Schriftart... Gut, ich setze jetzt mal P... Äh, Pt oder Px? Ich setze jetzt mal Px an, mal gucken, wie es aussieht. Ob das irgendwie anders aussieht jetzt. Hm. Tut's wahrscheinlich nicht über Sees und per Kack, total. Naja. Alternative, ich möchte jetzt auch über das Design gar nicht urteilen, das ist jetzt nur irgendein Beispiel-Design. Man könnte sich sicherlich bessere Farben und so weiter aussuchen. Ja, ich nehme jetzt mal Pt. Zur Differenzierung, Pt steht für Punkt, Px steht für Pixel. Punkt ist eine uralte Einheit aus der Schriftsetzung und die ist abhängig von der Pixeldichte des Bildschirms. Px genau gesehen heutzutage auch. Aber es ist einfach eine andere Einheit und man sollte Maßangaben, also Längenangaben, Größenangaben immer mit einer Einheit angeben. Ähm, eine Zahl einfach nur so hinzuschreiben, das war vielleicht irgendwann früher mal erlaubt, aber das ist nicht mehr konform mit der Norm, wie ja auch eben da stand. Ich will jetzt mal erstmal gar nicht gucken, was jetzt die einzelnen Klassen hier sollen, ob man die auch wirklich braucht und so weiter und warum die nicht alle in dieser Datei hier drin sind. Das ist jetzt erstmal egal. So, ich werde schon genug andere Sachen finden, glaube ich. Gut, hier haben wir die Klasse Mittel, ich interpretiere daraus, ja genau. Also, diese Klasse Mittel soll einfach nur dafür sorgen, dass der Text in der Mitte steht. Gut, gibt es eigentlich irgendeine Standardausrichtung hier? Ja, ach hier, hier haben wir doch Mittel schon. Na gut, und Text Align, Left steht hier für den Body. Das kann man weglassen, der Body ist immer nach links ausgerichtet normalerweise. Und solange wir dem keine andere Klasse geben, müssen wir das hier nicht hinschreiben. Ja, Mittel haben wir hier, also können wir Mittel hier rausstreichen. Das ist natürlich jetzt ein Film nur für Perfektionisten, den normalen Menschen auf der Straße sollte das eigentlich nicht interessieren. Weil das sehr viel kleinlicher Kleinkram ist. Ach, schau an, da haben wir auch 30 PT, also lag ich richtig mit meiner Schätzung, dass wir hier die Einheit PT verwenden in diesem Dokument. Gut, Background-Color ist gut. Als kleines Detail, man kann das Color weglassen, das wird vom selbst erkanntesten Farbe. Das ist ein bisschen einheitlicher, finde ich. Dann natürlich das Detail, dass wir hier Leerzeichen davor haben und hier nicht. Also mache ich auch eins hin und das schadet auch nicht, hinter den Kommas nochmal Leerzeichen hinzumachen, um das ein bisschen sauberer zu haben. Ja. Hier hinten fehlt ein Semikolon. Ein Semikolon? Ist das ein Semikolon? Ja, das ist ein Semikolon. So. Also, ich habe jetzt, jetzt habe ich nicht mitgezählt, aber es waren bestimmt schon 10 Fehler, die ich hier gefunden habe. Wobei Fehler natürlich in Anführungszeichen hier steht. Das ist alles ein reiner Spaß. Natürlich mit faktischem Hintergrund. Gut, dann überlege ich mal weiter. Wir haben jetzt also die Klasse Middle. Wenn wir etwas in der Mitte stehen haben wollen, dann kommt das in die Klasse Middle rein. Jetzt stelle ich mir wahrscheinlich die berechtigte Frage, warum haben wir dann hier noch TextAlignLeft? Denn das sind ja Klassen, die wendet man an auf Blöcke. Und es stehen jetzt hier keine links ausgerichteten Blöcke, in zentrierten Blöcken drin. Deswegen können wir diesen Scheiß auch wieder löschen. Wir haben jetzt nur noch die Schriftgröße da. Dann kann man wahrscheinlich auch direkt die Schriftgröße bald übernehmen und diese Klassen komplett streichen. Aber da werden wir zu kommen. Mal schauen. Wir haben hier die Überschrift von der Seite. Und die soll in der Mitte stehen. Okay, jetzt fällt mir gleich als erstes auf, wenn wir jetzt eine Internetseite haben mit mehreren Dokumenten, die sich alle dieses Style Sheet hier teilen. Dann stelle ich mir schon die Frage, warum wir dann in der einen Datei die Überschrift, also die Seitenüberschrift in der Mitte haben und in anderen nicht. Haben wir wahrscheinlich nicht. Genau, um das einheitlich zu haben, würde man natürlich alle H1-Objekte auf der ganzen Webseite zentrieren. Und darum verwenden wir dann auch gleich direkt den H1-Tag. Und das mache ich, indem ich hier hinschreibe. H1, Mittel. Und das bedeutet jetzt, das sind zwei verschiedene Selektoren. Einmal alle H1-Objekte und alle Objekte der Klasse Mittel sollen zentriert sein. Gut, speichere ich das mal. Speichere ich das mal auch und gucke nach, ob ich da gerade Scheiße erzählt habe. Nee, ich habe keine Scheiße erzählt. Das ist immer noch in der Mitte. Schön. Dann weiter im Text. Anders 2 ist Schriftgröße 20PT. Na ja gut, ich lasse das erstmal so. Gut, wir haben hier also jetzt eine Auflistung. Option ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste Titel, weil Option ist ein sehr, sehr vager Begriff. Option hat man überall. Im Grunde hat man schon Option, wenn ich mehrere Wörter nebeneinander stehen habe, um einen Satz zu lesen. Aber gut, Option lasse ich einfach mal so stehen. Okay, dann mal weiterschauen. Ja, mir fällt direkt, mir fallen sofort bei diesen Links Inkonsistenzen auf. Nämlich wird hier eine absolute Adresse verwendet, eine absolute URL. In dem Ordner Pro befindet sich der Ordner HTML. So, und hier sehen wir noch einen Ordner HTML. Ich gehe jetzt mal davon aus, da wir hier in dem Projekt programmieren, also Pro sind, dass wir uns bereits in dem Ordner Pro befinden würden. Deswegen lösche ich diesen absoluten Anfang weg. So, dann fällt mir ein riesiges Kriegsverbrechen ein, das sogar schon hier hervorgehoben wird. Nun haben wir ja verschiedene, also grundlegend zwei verschiedene HTML-Objekte. Wir haben einmal Block-Objekte, das sind die hier. Das sind welche, die tauchen untereinander auf. Und dann haben wir Inline-Objekte, das ist das A-Objekt zum Beispiel. Und diese A-Objekte, die Inline-Objekte, die tauchen innerhalb eines Textes auf, in einem Fließtext. Das heißt, wir befinden uns bereits in einer Textzeile, in einem Text und haben plötzlich wieder ein P-Objekt, also wieder ein Block-Objekt. Und das ist nicht erlaubt. Geht auch nicht, wie soll das auch funktionieren? Und deswegen löschen wir an der Stelle das hier weg. Ja, wir löschen das komplett weg, das P. Um das vom Design her gleichzulassen, kann ich aber erstmal als Kompromiss die Schriftgröße, beziehungsweise die Klasse hier reintun. Hier können wir nämlich jetzt hinschreiben. Anders. Jetzt ist nämlich diese Schriftart, diese Schriftgrößenformatierung aus der Klasse anders. Für den ganzen Block hier, also für die ganze Zeile oder den ganzen Punkt, je nachdem, angewendet. Gut, dann ist das hier bereinigt. Mal weiter gucken. Achso, natürlich fällt mir noch eine Sache auf. Das ist jetzt nicht direkt ein HTL-Fehler, aber wir haben hier die Mathe-Sachen. Die Mathe-Leerzeichen. Na, wie kann ich das denn? Das ist auf Bild runtergedrückt. Kann passieren. So, die Mathe-Sachen mit Bindelstrich natürlich, denn das sind die Mathe-Sachen. Das ist ein Wort. Geben waren es zwei Worte. In Composita, also das ist ein Compositum. Seht man das so? Naja. In Composita sind Leerzeichen nicht zulässig. In der deutschen Sprache. Im Englischen wäre das total legitim, da würde man mehr Leerzeichen stuff oder so schreiben. Aber in Deutsch muss man einen Bindelstrich dazwischen setzen. Oder das direkt zusammenschreiben. Und danach ein S daneben machen. Gut, dann haben wir das hier gelöst. Ja, also auch auf Grammatik, auf deutsche Fehler, achte ich hier natürlich. Es soll ja alles einigermaßen richtig sein. Zumindest alle Fehler, die ich sehe, egal von welcher Couleur, werde ich hier auch hervorheben. Gut, was haben wir als nächstes? Die Europa-Hauptstädte-Trainer. Ach, nice try. Aber das muss natürlich auch mit Bindelstrichen geschrieben werden, denn das ist der Trainer. Und zwar von der Art, es ist der Europa-Hauptstädte-Trainer. Es ist nicht der Mathe-Trainer, es ist nicht der Fußball-Trainer, es ist der Europa-Hauptstädte-Trainer. Ein Wort. Daher die Bindelstriche. Gut, hier wieder ein P-Objekt in einem Li-Objekt drin. Nicht erlaubt. Mach ich das mal so. Da wurde wahrscheinlich auch der Link vergessen, also das A-Objekt außenrum. Aber das ist erstmal nicht mein Problem. So. Was ist das? Da geht's noch weiter, da kommen noch weitere Aufzählungen. Warum? Achso, und, was sehen wir hier? Ach, da habe ich doch gerade von geredet. Hahaha. Ein Leerzeichen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das hier ein Fehler? Sollen die direkt zusammenstehen? Aber ich habe eine Idee. Ich gucke mal direkt, wie es aussieht. Denn wahrscheinlich hat derjenige, der das hier gemacht hat, sich nach der Optik gerichtet. Also danach, wie es aussieht und nicht, wie es jetzt richtig angebracht wäre. Also hinter Anleitung zu HTML haben wir da eine Lücke. Ach ja, verstehe. Ja, jetzt wird's knüffelig. Also wir haben, das ist schon so beabsichtigt hier, das soll eine weitere Verrückung nach rechts darstellen. Also, so. Ich weiß jetzt leider nicht, wie man das richtig machen würde. Aber das kann ich wahrscheinlich gleich herausfinden. Ich habe eine Idee. Ich, ähm, wende jetzt einen ganz billigen Trick an. Ich rücke das nämlich wieder zurück nach links. So. Und jetzt möchte ich mal Textarten und D-Sync bei N weiter nach rechts machen. Aber wie mache ich das so vielleicht? Oder auf Tab drücken. Ja, das hat's gebracht. Na toll. Ah, ja, 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 ich verstehe. Jetzt verstehe ich das. Ähm, das UL befindet sich innerhalb des LI-Objekts. Interessant. Das wusste ich gar nicht. Jetzt weiß ich's. Gut, also soll das so aussehen, wenn man ein weiteres mal einrücken soll. Gut, dann habe ich eben gerade auch was dazu gelernt. Kommt vor. Dann, ähm, ich, ja, ich lasse das mal so. Jetzt ist das etwas uneinheitlich, weil es das in mehreren Zeilen ist und die anderen Sachen stehen nicht in einer Zeile. Aber naja, gut. Ich lasse das jetzt mal so. Äh, natürlich wird noch dieser Schreibfehler, wer des Französischen mächtig ist, weiß natürlich, dass das Design so geschrieben wird. Wobei ich nicht weiß, ob das Französisch ist. Aber es wird jedenfalls so geschrieben. Es wird nicht desig, sondern desigen geschrieben. Ja. Gut, die Links sind einheitlich. Hier habe ich erstmal, nein, nicht nur erstmal. Hier habe ich gar nichts dran auszurichten. Das ist super so. Übrigens am Rande angemerkt, ähm, es gibt sicherlich viele, die darauf bestehen, bei HTML, ähm, Objekteigenschaften, Werten immer Anführungszeichen zu verwenden. Hier sieht man jetzt gerade, dass hier nur da welche benutzt werden, wo es notwendig ist. Nämlich zum Beispiel, jetzt muss ich ganz schnell ein Beispiel finden. Finde ich ein Beispiel? Natürlich finde ich kein Beispiel. Ah ja, doch. Hier. Wobei ich... Kann man das nicht sogar auch wegmachen? Äh, ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass ein Bindestrich, ähm, ein Verstoß ist gegen ein XML. Gut. Man kann die weglassen. Ich finde das auch gut, dass man sie weglässt. Weil, ja, Platz gespart und solange das richtig hervorgehoben wird, sieht man ja auf einen Blick, was Bestandteil eines Wertes ist und was eine weitere Eigenschaft ist. Jetzt natürlich die Frage, ähm, ob wir das ja auch ändern sollen. Ich würde mal sagen, ja. Da muss ich jetzt passen. Ich habe jetzt natürlich diese Datei nicht, um die auch umzubernennen. Na gut. Da unten haben wir wieder einen anders, also einen größer geschriebenen Text. Auch hier wieder das Gleiche. Und auch hier wieder kein Link. Aber das wird man dann ja später sehen. Ah ja, gut. Und das kommt jetzt hier rein. Genau. Das soll hier drunter stehen. Das ergibt auch Sinn, denn schließlich Anleitung zum Arduino und LED-Blinker und sowas. Da denke ich jetzt mal, dass das da rein gehört. Und dann... Und finde ich die richtige Taste hier. Im Dunkeln auf der Tastatur gefunden. Na Mist. Zu früh gefreut. Ups. Muss ja LI fangen. So. LI-Class anders. Hm. Und was fällt mir auf? Das klappt so nicht. Das klappt deswegen nicht, weil ich jetzt die Formatierung für den ganzen Block übernommen habe. Also die Schriftgröße. Und die Schriftgröße wird vererbt. Also sind alle... Auch die Unterblöcke sind... Mh... Deswegen groß und dick. Aber wir wollen ja nur die Überschrift hier oben dick haben. Ähm... Wie machen wir das dann? Mh... Mh... Das machen wir, indem wir das in ein Span-Objekt reintun. So, ein Span-Objekt ist an sich ein Objekt, das keine besonderen Eigenschaften hat. Das ist halt nur dafür da, dass man irgendein Inline-Objekt hat, für das man CSS anwenden kann. Also hätten wir jetzt hier ein A-Objekt oder sowas hätte ich das benutzt, aber nur um irgendwie diesen Text hier zusammenzufassen in einem Objekt, ohne daraus gleich einen Block zu machen. Und den Kram hier kopieren wir uns jetzt einfach und fügen das auch da oben ein. Ich verstehe. Das sollen hier also die Überschriften sein für die... für die Aufzählung. Also die Punkte höherer Ordnung sollen etwas dicker, etwas größer erscheinen. So, habe ich noch irgendwas oben vergessen? Nein, habe ich nicht. So, Anleitung zum Arduino. Ist erstmal in Ordnung. Äh, nicht nur erstmal, ist in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier Arduino. LED-Blinker. Ja, die Dateinamen sind gut. Bis auf eine Ausnahme. Erstmal. Ein Widerstand steht nicht schon wieder, sondern wieder etwas. Also gegen etwas. Und das ist ein anderes Wider, nämlich das Wider mit I. Wider mit IE heißt im Sinne von Wiederholung. Also etwas passiert wieder. Und Wider mit nur einem I heißt, dass etwas gegen etwas ist. Der Widerstand, der ist gegen die Elektronen, die da durch wollen. Da stellt er sich gegen. Und natürlich den katastrophalen Fehler, dass in einer URL, in einem Dateinamen im Internet, ein Umlaut verwendet wurde. Das ist schlimm. Das ist deswegen schlimm, weil im Gegensatz zu Datei, äh, Text, wie zum Beispiel dieser Text hier da, könnte jetzt ein Umlaut drin sein. Hier haben wir ja doch bestimmt auch ein Umlaut. Äh, ja hier, Hauptstädte. Das ist vollkommen in Ordnung, weil wir ja schließlich oben UTF-8 angegeben haben. Das ist eine UTF-8-Datei. Eine in UTF-8 kodierte Datei. Da gibt es natürlich ein Äh. Aber diese URLs, die sind ja nicht, äh, die sind jetzt, äh, also das hier ist jetzt natürlich in der Datei drin. Aber wenn der Browser diese Datei anfragen möchte später im Internet, dann wird das, äh, angefragt in HTTP-Anfragendaten. Und die sind in ASCII formatiert, oder, ja, ich glaube in ASCII. Und das wird dann schwierig, weil in verschiedenen Ländern verschiedene Code-Pages verwendet werden. Auf keinen Fall in URLs Umlaut verwenden. Ich würde in URLs sogar nicht mal Leerzeichen verwenden oder irgendwas. Ich würde, wie das hier ansonsten ganz gut gemacht wurde, in URLs ausschließlich Kleinbuchstaben, Zahlen, Bindestriche, Schrägstriche und sowas benutzen. So wenig außergewöhnliche Zeichen wie möglich. So. Hier muss natürlich auch wieder ein Bindestrich. LED-Widerstandstabelle. Ah, wobei ich, da werde ich jetzt natürlich etwas inhaltlich, aber was soll denn eine LED-Widerstandstabelle sein? Soll das vielleicht eine Tabelle sein von den verschiedenen Eingangsspannungen? Welche Tabelle, äh, welchen Widerstand man für eine jeweilige Eingangsspannung braucht, um eine LED zu betreiben? Hm, ja, dann ergibt das Sinn. Ist dann Widerstandstabelle so? Ich würde eher, das schreiben mit einem Bindestrich, und der Grund dafür ist, dass die hier alle hierarchisch auf der gleichen Ebene stehen. Äh, ja, es ist natürlich die Widerstandstabelle, es gibt viele Arten von Widerstandstabellen, und dann ist das jetzt die LED-Widerstandstabelle. Das kann man natürlich so sehen, aber man kann auch genauso sagen, dass es die LED-Widerstände sind, und dass es die Tabelle der LED-Widerstände ist. Also finde ich das sauberer, das wenn überhaupt so zu machen, dass es symmetrisch ist. Hier oben wurde LED klein geschrieben, das ist natürlich nicht erlaubt, das ist nämlich kein Wort, sondern ein Kürzel. So, und das Kürzel-LED wird großgeschrieben, auch mit einem Bindestrich. Der LED-Blinker, ein Wort und ein Wechselblinker, das ist in Ordnung. Gut, dann fällt mir jetzt gerade nichts anderes auf. Haben wir am Ende noch irgendein Verbrechen? Nö, das sieht gut aus. Gut, somit ist die Datei bereinigt. Mal schauen, nochmal einen prüfenden Blick werfen. Ich habe mir jetzt hier Formatierungszeichen angemacht, das könnte man ganz hilfreich finden, könnte man auch sehr nervig finden. Jetzt will ich mal kurz gucken, ah ja, hier kann man das ausmachen. So, mach das mal wieder weg, um das einigermaßen realistisch zu sehen. Könnte es vielleicht sein, dass die Schriftartgrößen irgendwie immer noch durcheinander sind? Mal kurz überlegen. Welche Standard-Schriftgröße haben wir? Ah, dieser riesige, kein Wunder. Ah, ich frage mich noch, warum der Text so groß ist. Das würde ich auf keinen Fall machen, so. Aber, also ich würde immer eine normale Textgröße benutzen, also 12pt. 12pt ist sogar die Standard-Schriftart, die Standard-Schriftgröße im Web und überhaupt. Deswegen würde ich hier gar keine Font-Size angeben im Body. Aber, naja gut, sieht scheiße aus und ist nicht gerade fertig. Aber ich habe die Probleme behoben, die mich am meisten gestört haben. Nämlich die Meta-Probleme. Was jetzt ein gutes Design ist und wie eine sinnvolle, strukturierte Webseite aussehen soll, das ist hier überhaupt nicht das Thema. Gut, dann werfe ich nochmal einen Blick hier rein. Gut, also ich sehe keine riesige Entgleisung, was jetzt hier den Stil angeht. Es sah vorher schon nicht besonders toll aus. Auch hier keine Fehler. Ja. Gut, dann reicht das für heute, meine Berichtigung dieser Beispieldatei. Und natürlich, wenn jemand jetzt hier auf den Geschmack gekommen ist, höchstwahrscheinlich nicht gerade bei Videos, die ich gemacht habe, aber trotzdem empfehle ich natürlich nicht mit Windows XP zu arbeiten, sondern ein modernes System zu benutzen. Natürlich, so lang der Rechner das hergibt, das ist ein sehr langsamer Rechner hier. Und das Programm Visual Studio Code zu verwenden. Und das findet man, indem man danach sucht. Und das Programm ist kostenlos, kompakt und auf jeden Fall viel besser als das hier. Und das gibt es für Linux, Windows und Mac OS. Oder OS X. Oder wie auch immer das heute heißt. Ja, das war's von eurer... Ne, das sag ich jetzt nicht. Ja, das war's. Und tschüss. ... ... ... ...